Und die Ausbildungsinhalte orientieren sich immer weniger an der Praxis. Und irgendwo müssen ja die Leute zusammenhängen, Konzepte lernen. Und ich glaube, das können wir bei der Dental School ganz besonders gut. Ich komme aus Tübingen, leite dort eine große Klinik, ein Versorgungszentrum, die Dental School und die Firma Cumdente. Und wir sind heute hier, weil die Dental School heute hier ein ganz wichtiges Wochenende hat in Form von einem Kongress für zwei wesentliche Themen, der Zahnheilkunde Chirurgie, Implantologie und Endodontologie. Wir machen etwa zwischen 60 und 70 solche Kongresse pro Jahr. Also das Interessante dieser Kongresse ist, dass wir versuchen, fortgebildete Zahnärzte, die schon ein gewisses Fortbildungsniveau haben, also auf jeden Fall abgeschlossene Ausbildung haben, in ganz kurzer Zeit mit den modernen wissenschaftlichen Entwicklungen und vor allem deren praktischen Konsequenzen vertraut zu machen. Also das Konzept der Dental School ist, sie kommen einen Tag, investieren den, und kriegen dann sozusagen in ganz kurzer Zeit abgewogen sämtliche Highlights aus der letzten Zeit und vor allem, wie sie das ideal in der Praxis umsetzen. Also die Fortbildungen von Professor Hahn sind schlüssig. Es ist ein geschlossenes Konzept und ich weiß auch, dass er es selber so macht. Also es ist praxisnah und deshalb ist es auch für mich anwendbar. Also ich habe schon ganz viele Endo-Fortbildungen von ihm mitgemacht und es ist erstaunlicherweise immer was Neues, es ist immer was Neues. Ich nehme hier ganz viel mit. Auf der einen Seite die Bestätigung, dass ich eine ganze Menge richtig mache und zum anderen, dass ich ein paar Korrekturen auch anlegen muss mit dem, was ich hier neu gehört habe oder was vielleicht nachher Professor Hahn in die Vergangenheit gehört. Also wenn Sie beispielsweise Weiterbildung mit Endo-Spezialisten machen, dann dreht sich das ja wirklich nur um Endo. Und hier ist integriert Wurzelkanalbehandlung beispielsweise und prothetische Lösungen. Das ist, wenn Sie bei anderen Weiterbildungen sind, ist es wirklich nur fokussiert auf einer Ebene. Und wenn Sie aber hier sind, dann ist es also umfassende Zahnheilkunde. Also alles drum und dran. Und das finde ich sehr gut. Bei uns ist so, unsere Konzepte, die wir lehren, die bringen wir in sogenannten Arbeitskarten unter. Das heißt, eine klassische Dental School Arbeitskarte gibt es seit über 20 Jahren. Im Prinzip ein Kochbuch für das Umsetzen zu Hause. Und das sind Sachen, mit denen man sich vorbereiten kann, mit denen man nacharbeiten kann. Und dort gibt es eine rege Gemeinschaft, zum Beispiel unseren Study Club. Und in diesem Study Club gibt es in der letzten Zeit, in den letzten über 20 Jahren, seit es uns gibt, mehr als 1000 Mitglieder. Und diese Mitglieder werden natürlich ganz häufig und ganz regelmäßig informiert und sind natürlich bei vielen Veranstaltungen dabei, nicht nur bei einer. Komm, komm, immer wieder. Ich bin seit langen Jahren eigentlich Mitglied hier im Study Club. Grundsätzlich muss man sagen natürlich, dass der Austausch mit Kollegen immer das A und O ist. Weil man schafft hier den ganzen Tag für sich alleine so ein bisschen. Und dann ist es immer wichtig und auch gut und interessant, dass man mal hört und sieht, wie die Kollegen das machen. Also ich kenne kein anderes Fortbildungsinstitut, privat, nicht kammergestützt, das seit deutlich mehr als 20 Jahren diese hohen Teilnehmerzahlen jedes Jahr hat wie die Dental School. Ich glaube, das zeichnet uns besonders aus. Die Ausschreibung der Veranstaltung erfolgt natürlich klassisch online. Wir haben eine tolle Webseite mit Kalender und allem drum und dran, dentalschool.de. Aber sie werden auch postalisch eingeladen oder die Kunden. Wir haben pro Jahr mehr als zweieinhalbtausend Zahnärzte seit vielen, vielen Jahren, die bei uns pro Jahr teilnehmen. Die kommen immer wieder.